Hallo, ich heiße dich. Hallo, ich heiße dich. So, Stadt SS-A-Final ist heute wieder, oder? Dann geht es in den ersten Punkt, um den Schiff zu starten. Um mal zu sagen, dass wir uns jetzt in den Zugekommen sind. Ich bin auch direkt von der Freie, der in den 20 und der 7, der 5, der in den 20 und der 20. Ein gewisserer Stadt, der noch nicht manisch, keine Frage, der von 1 auf 7 zu gefallen ist. Aber ich bin ja in Gefahr, um das genießen zu können. So, ich bin ja in der nächsten Karte, den in den Camino. Jetzt sind die Stimme, die Stimme, die Stimme, die Stimme, die Stimme, die Stimme anrufen. Aber ich schaue noch mal, dass ich die Stimme da nicht so viel drüben muss. Und zwar die Stimme der Stimme, die Stimme der Stimme gerade woanders, Und hier wurde auch noch der Zweifazierende, der im Grunde, das hat man noch bei uns, das Hotel der Obenenbieter, 0,99 Kilometer Jahrzehnte. Und unter dem Land und dem Wölkchen, hier ist keine Direktur aus dem Ausstieg, und hier ist eine 4,99 Kilometer, 0,16 Kilometer, also bei uns, die Folgen, Platz 1, Platz 2, jetzt in den Umständen, hier ist noch Abstand, da muss man noch mal 10 Kilometer verschlecken. Da haben wir jetzt auch ein bisschen abgeschrieben, über 5,8 Sekunden mit der Achtung, da haben wir noch 10 Kilometer rausgehauen. Und auf dem dritten Band, die Stadt Nummer 5, der Thomas Rang, der kommt jetzt auch hier, dieser Runde ist auch, das ist jetzt ganz eng, der Fuhrfahrt, der hier hinten hintereinander. Also hier, das war eine ganz eng, der hier hinten, der hier hinten, der hier hinten, und ich bin einfach, die Stadt Nummer 5, der hier hinten, die Stadt Nummer 5, das ist jetzt ein bisschen. die Kinder da nur gerade unterfahren. Holgerohn, Holgerohn, Steiß, Friedrichs wie bei den Fahrzeugen. Die sind noch hier auf die ganz 1, 2, und 1 in der 3. Folge. Und in einer zweiten kleinen Köder, das sind die zwei, die nächste zusammen abstellen. Erstens und zweitens, hier ist das nur zweitens, wenn die Flügel nach fließen möchte. Das ist richtig wichtig. Es kommen auch langsam wieder runter alle zu. Das heißt, es war jetzt 8. Platz. Starten wir mal raus und 8. wieder raus. Hinter der Gruppe in die Schülle sind. Die Flügel hat in der Flügel da sehr viel Platz gemacht. Dankeschön. Und... So. Die zweite Flügel sind in der Flügel, die letzte Flügel aufbauen, die wir in der Flügel aufbauen, die wir in der Flügel aufbauen, die wir in der Flügel aufbauen. Zwischen bei zwei und Lassen, die ganze Flügel sind immer noch nicht. Einmal zusammen. Ja, komm mal 2 bis 4 bis 4 bis 5 an. Kommt aber noch nicht vorbei zu stehen. Ja, wir haben noch 30 Sekunden Rest. Kommt jetzt mal nochmal runter zu werden. Platz 1, 2, 3, der Mainsticht bei der Rennkommission. Wir kommen jetzt in der Rade, wo wir sieben in der letzten Runde. Michael Kramer, Kornelett, Felix Hunderthoff, Platz 2, Thomas Kornel, heute beim letzten Mal über den großen Teil. Im letzten Mal von zwei kleinen Teilen zu gehen, der selbstbürgige Etat hat nur noch wenige Meter und er kommt als Sieger unter die Zeitschalte fest. Die Strecke ist nur heiß, die Strecke ist nur heiß. Jetzt sind einfach auch gar nicht gewonnen.